Und du hast ihn geliebt. Oh ja. Naja, das musste ja auch ausgerechnet der Engels Hubert sein damals. Doch Hubert oder keiner. Aber wir hatten eine gute Ehe. Eine gute Ehe? Wir sind in die 20 Jahren, wir haben ja so frisch, aber am Abend zusammen. Sag mal, ist das nicht anstrengend? Nein, anstrengend ist das nicht. Sag mal, Adele, kannst du dir vorstellen, warum er mir das angetan hat? Tja, Kind, um ehrlich zu sein, du weißt, ich bin ja beste Freundin. Aber liegt ja nicht vielleicht daran, dass du in der letzten Zeit ein bisschen stark auseinandergegangen bist. Und er weiß genau, das sind sparnierte Drüsen.